Der Weg der Bruch, der wird. Der Weg, der Weg, der Weg, der Weg, der Weg. Holst du hier hoch? Junge, Junge, es war ein Ebelweiß. Dass dieses Sterlein ein Männerherz erfreut. Sie trägt es in die Stolz. Der Weg, 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 der Weg. Der Weg, 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 der Musik Ich freue mich, dass wir endlich mal wieder Schützenfest feiern können und ich wünsche allen Kompanien und Fümmerzow eine frohe Fixzeit. Ruhe fixen, Herr Oberst! 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 Liebe Schützten Schwestern, liebe Schützten Brüder, auch ich begrüße euch endlich hier bei uns auf dem Schützenplatz. Und ich freue mich, dass wir heute endlich wieder anfangen, Schützenfest an Pfingsten auf dem Hagen zu feiern, so wie es sich gehört. Und es tut wirklich gut, euch zu sehen. Bevor wir gleich zur Messe schreiten, freue ich mich heute, den neuen Kinderkönig und den neuen Kindertron proklamieren zu dürfen. Vorher möchte ich mich bei unserem entscheidenden Kinderkönig, Kinderkönig, Martin May und seiner Königin Zoe, herzlich bedanken dafür, dass ihr drei Jahre lang den Kindertron würdig repräsentiert habt. Auf den entscheidenden Kindertron, ein Rapportendo ist gut! 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 Nachschuss! Ruhe fixen! Kinderkönig im Jahr 2022 ist Fabian Markköring. Seiner Kinderkönigin erwähnte er Julia Beinkorne. Die Kohnen, die Kohnen, die Kohnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.